Oh ne Ratte böse Ratte Gib mir das Domino Stirb So, wir müssen rein Da ist ne magische Barriere Hier ist Wasser Hier ist ein Schein Atme Die Wasser Atme das Wasser Seines Glanzes Und der Weg Wird für dich klar werden Keine Ahnung Was man machen muss ist Inwiefern ins Wasser Und er trinkt Muss sterben Können wir eigentlich bewegen dabei Weil dann trainiere ich weiter Athletik Und Wasser kriegt man ja noch schneller Als anderen Eine Brücke Die Barriere ist weg Unglaublich Unglaublich Oh André Mora Oh Woah Wo Witter Schrein Okay Hier wird gefl Die Plan Silver Longsford Die Dele 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 Jetzt kriege ich richtige Missionen von den einzelnen Tempeln, so viel der Tempel in und den Tempel auch hier im High Fane und in Magan der Tempel und noch irgendwo, bei Noll? Ne, ich glaub die geben dann keinen Müssen Ähm, genau, ich geh jetzt mal hier hin, hier hoch, so, und dann hier, Sturmzug, hier weiß, und hier wieder hoch, na, komm schon, zack Da hier, äh, oben ist eigentlich dann, also in dem Gebäude hier ist Vivec Der ist immer in diesem Gebäude, weil der müsste eine ganze Konzentration darauf aufwenden, dass er den Schutzzaun um den Roten Berg auf euch erhält So, da sie und ein Alexi sind auf dem Festland, die sind gar nicht mehr in hier Da gehen wir mal gleich hin Jetzt brauche ich mir noch Missionen Du gibst ja Missionen, ne? Warte mal, ist mein Wahnsinn Okay, ich soll erst mehr Aufgaben erfüllen, bevor ich eine Befördung bekomme Ja, hab schon Ja, hab schon Okay, dann kannst du mir jetzt advancements gehen Ja, ich bin jetzt Novice Noch eine Ja, ich bin Initiate Ich bin Acolyte Yeah Okay, jetzt muss ich mal auf Kammer Genau, jetzt mache ich schon eine alte Frau, die mit der Bleid Ne, mit Korpus, wie heißt sie das genau? Korpus ist die Krankheit, die Dagoid-U erschaffen hat Bleid ist eine Krankheit, die gab schon ewig Und die nennen die eben auch immer Divine Disease, also göttliche Krankheit So, ist klar Wo ist die denn? Ähm Alter, sagen wir mal wo die ist Ah, in der Arena Okay Ich könnte eigentlich machen, wenn wir wegen den Morden, die passieren sind Ah, okay Äh, darüber wollte ich auch gar nichts wissen eigentlich Ihr habt doch hier ein Problem mit einem Mörder, die zwei von euch ungebot sind Wieso sagst du mir nicht sauber? Geil Okay Ähm Ah Ah Office of the Watch The Hall of Justice Ist hier drin Hall of Wisdom Okay Hall of Wisdom Paul Halle der Gerechtigkeit Herr Und hier ist ein Büro, und dann muss ich mit den Typen reden wegen dem Morden. Justice Offices. Kann ich dir helfen? Ja, kann ich dir helfen? Ja, Outlander. Was willst du? Ja, Outlander. Was willst du? A Tynya? Hm. Hm. Ah. Ja, Outlander. Was willst du? Ich finde. Ist das etwas, was du brauchst? Ja. 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 All of Wisdom May I help you? Is there something you need? Okay Okay Er will, dass ich mich beim obersten Magier der Magiergilde für ihn entschuldige Ah Broke Okay 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 Alles klar Okay dann würde ich mir machen ich muss ihn nur mal angucken und ich kipp tot um Speak Traveller Move along Move along Move along Okay okay So, hier ist die Arena meine ich, oder? Denke ich, hoffe ich, glaube ich Ja Äh, war das nicht so, dass ich die Arena nur gut finde Die Arena nur Genau, die Arena meine ich Was ist das? Nein, die war es nicht Von Monika Aufreíp Ein Pullings-Celt zwar mal war ich Hm. Amen.